Oh mein Gott, ich verfolge der Psycho-Have. Ich glaube er kommt zu dir Norbert. Alter, ich bin doch wieder umgegangen. Ja, der Psycho-Doktor. Ich habe vergessen, wo ist der dritte? Bei dem Boris, glaube ich, oder? Ja? Die ist weg. welche haben wir denn jetzt schon haben wir gehört schon ja ich bin auch beim waschen gegner von mir Ja. Uhr. Ich glaube, Alex, da kommt jemand. Soll ich das machen, Alex? Warte. Ja. Was denkst du? Wir sagten den Kindern, wir brauchen Hilfe. Die Leute sind in diesem Bett. Alle unsere kleine Freunde in der TV-Land, helfen uns raus. Dass jemand... ...dass du... ...dass du... ...dass mite. Secоля... Ich bin eingesperrt. Ruf! Nehmt die Tür an! Ich habe ihn nicht in der Tür rausgekommen! Geht's schon, ich bin durch. Geht's schon, ich bin durch. Geht's schon, geht's schon. Geht's schon, geht's! Oh, das ist weggekrammet! Was ist denn da? Was ist da? Was ist da? ein feld ist noch so schuld macht ja das war nicht weil es nicht wo wer war also ich habe jetzt der boys gemacht und ich war bei den ich war bei den girl nein ich bin ich war bei den drüben da fehlen noch girls ich brauche aber heilung arbeitest du heilung ich höre irgendjemanden hat da hinten den schreier jetzt ist es zu spät jetzt kommt ja ja Das ist die Hauer. Du kannst nicht alle drehen. Okay, das ist halt keine gute Idee, Norbert. Oh, das war nicht gut, ja. Nee, Sternen, vielleicht. Oh, du gehst die Tür auf schon. Nein, doch schon. Du brauchst keine Türen antreten. Du kannst immer ruf in die Türen, zur Seite gehen. Wie kommt Norbert? Du brauchst keine Türen. Ist da rechts irgendwo vorne, da? Ja. Haben wir die Porsche schon erledigt oder worum finden wir das da nicht? Da hast du das da drin, Alex? Da habe ich nichts gesehen. Keine Ahnung, wo das Tal ist. Der hat den dritten Automaten. Was machst du denn da drüben? Aber wir sind jetzt im Boys' rum. Das leuchte des Einziges. Ja, wir sind doch im... Na, wir sind... Die ist nicht. Das leuchte der Schuss. Da ist es vielleicht noch hinter dieser Tür ist es. David komm her. Rennen, rennen, rennen! Pass auf! Rennen, rennen, rennen! Ah ok, das funktioniert nicht. Verpüsst dich man! Das war gut! Danke! Guck guck! Guck guck! Guck guck! Guck guck! Norbert hat mich gerettet. Ich glaub dich gerettet. Bei der Alex. Alex hat dich glaub ich gerettet. Aber Alex hat mir auch Leben. War der Phasmophobia oder was? Keine Ahnung was das jetzt war. Ja. Guck guck! Irgendwo war ein Aufzug? Sie sind direkt da bei mir. Alle. Und sie hat mich. Das gibt's ja nichts. Guck guck! Guck guck! Guck guck! Scheisse! Guck guck! Versuch's! Das ist das! Das ist der Fall. Das ist der Fall! Das ist der Fall! Ich kann unbedingt leben, Robert. Alex? Alex hat Dämonizieren. Er soll einmal die Medizin schlucken. Pass auf. Gehen wir nach hinten einmal. Entdeckung. Warum? Ich hab schon Leben bekommen. Hatten wir schon Leben gegeben. Ich bin halt der gute Heiler. Na, Spaß. Ich mach gleich das links wieder. Kein Raum. Oben war auch einer, gell? Nein. Hättest du mir so mitmachen drücken können zuerst? Nein, weil der genau da angekommen ist. Oh, ey. Ich mach gleich den da. Ich mach gleich den da. Ach so. Ah, Alex hat so schön gemacht. Alex, ich mach das noch am 3. Ja. Hä? Ich mach die. Ich mach euch. Ich mach dich. Ich mach mich. Ich wollte es eigentlich nur ablegen. Oh, 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 oh. So? Oh, ich wollte gerade helfen, komm. Hast du da schon einen gekannt, der vier? Vier habe ich schon, ja. Okay, weil da wollte ich nämlich hin, da habe ich den Raum gewusst, wo die anderen ziehen sollte. Da hat er den Raum gewusst und war noch nie mehr nicht da. Na, ich war ja nur bei dem Raum da letztens. Welchen hast du jetzt schon, Norbert? Ich habe meine Rolle getauscht. Ja, ich habe meine Rolle getauscht. Hast du? Ja, gerne. Ja, gerne. Was ist hier los? Ich weiß nicht mal schon. Ja, hier. Ah, da hinten. Ich brauche wieder Batterien, Achtung, Falle. Noch Batterien und eine Batterie. Oh mein Gott. Da kommt einer, Norbert. Das hat er dann. Ich habe ja schon zwei. Oh mein Gott. 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 Wir müssen dann, wenn wir mal die ganzen Nerven spielen können, müssen wir auch die ganzen Bewusstungen zusammengehen. Ich habe ja schon zwei. Aber wir haben einen Teil, weil wir bis jetzt alle fünf zusammen haben, glaube ich. Lass dich mal den Schinken schmecken. Allerdings noch mal den Schinken. Dann drücken wir mal, oder? Ja, dann drücken wir mal oder? Das Ding haben wir die Kabel gemacht. Das Ding haben wir die Kabel gemacht. Das Ding haben wir die Kabel gemacht. Sie gehen grad durch. Ja, wir müssen dann eh wieder zurück. Nur die Tube-Bock da ausschalten. Das war's? Ja. Da ist ein Beweis. Da ist ein Beweis. Da ist ein Beweis. Das war's? Ja. oh jesus da ist ein poster ja das kannst du eh passier das sammelst du dann für alle hast du einen kleinen lömel du lömel genau das haben wir jetzt nicht mehr gemacht dann da ist eine koopte wo sind die generatoren stern und kreuz oder das ist ein fähig blatt ich gehe mal raus zu der leiche ja der mond was hast du gesagt stern und stern und kreuz kreuz habe ich das retour psychotyp die hacke seine beine ab Ja, jetzt haben wir den Kommen. Du bist auf der Tür. Du bist auf der Tür. Du bist auf der Tür. Dann schwingen wir auf der Tür. Ja, schnell. Ja, genau. Wirklich. Wir müssen immer noch die Generatorien Strom versorgen. Ja. Dazu müssen wir in den Keller. Sind beide Generatorien im Schrieg. Steht ja im Keller der Kirche. Aber steht das nicht. Die steht fast. Im Keller der Kirche, ja. Na, aber hilf mir. Okay. Wenn du so Fallen aufstellst, dann bitte. Bekommst du. Bekommst du. Ich habe einen Generator da. Ja. 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 Danke. Das ist dadurch gerade eine Ahnung. Ja. So ist davon drin. Das ist da... Wie geht es zu dem da? Ähm, das da? Ja, ich weiß. Oh ja. Und aber beim anderen? Oh, ich fühle mich so herpes, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was sind Dokumente? Was ist das? Wo ist ein anderer Generator? Du bist bei einem. Ich weiß den habe ich jetzt fertig gemacht. Nein hast du nicht. Ja kurbeln muss ich halt noch. Und? Ich konnte ihn leider nicht ablenken. Ich habe mich dazwischen gestellt. Norbert lenken einfach ab. Perfekt Norbert. Perfekt. Da ist der Zug ziehen los. Das ist eine Sackgasse. Okay ich sehe jetzt auch nichts mehr. Also nicht mehr viel halt. Ja. Ich brauche auch ein Gegengift wenn jemand das findet bitte. Nein. Ich habe nur Medizin. Hier zur Kapelle. Ist das nicht die Kapelle? Ah da ist die Kapelle. Das müssen wir jetzt bieten oder? Norbert. Komm her du Xindl. Norbert du Schuxl. Was ist denn? Ich komme. Ich komme. Ich habe mich mitgebracht für dich. Na ist schon weg. Ja. Ja. Werde ich ehrlich blutrot? Nein. Feuerrot. Gut du meinst hier. Blut und Feuerblatt können. Okay. Wie weit ist da? Ich glaube das war schlecht, dass wir Alex gefolgt sind. Warum folgt der auch mir? Ich weiß ja nicht wo es da raus geht. Der Fette ist auch da. Bei der Lobby waren wir drin oder? Oh nein. Robert, wo bist du? Ich sehe nichts. Alex, ich sehe euch. Ja. Ich drücke gleich. Ja. Gedrückt. Oh, ich habe Psychose. Nein. Ich bin da. 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 Das wird sicher eine C bei mir. Ja. Oder wie ich das erraten habe. Ah nein. B Minus habe ich. Gruppe ist C. Was hast du gesagt? Was hast du erraten? C oder? Ich habe gesagt eine C glaube ich kriege ich. C ist Gruppe. Bei mir war ich gewusst. Ich habe so viel. Ich habe 13 mal Schaden erhalten, oder? 8 mal. So, Schlafraum. 15 mal. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.